Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, wie jeden Morgen schauen wir uns auch heute wieder gemeinsam den neuen Fortnite-Shop an. Der kommt nämlich in sieben Sekunden raus und wir gucken jetzt mal, was da heute so schönes reinkommt. Oh, ich habe noch zwei Pakete, die ich gleich mal öffnen muss. Aber erstmal, der heutige Fortnite-Shop und ich glaube, der war jetzt fast genau ein Jahr nicht mehr drin, weil ich habe zufällig mal nachgeschaut, was mein Silvester-Video vom letzten Jahr war. Da kam dieser Skin hier, der DJ Bob, kam letztes Jahr raus und er hat jetzt auch noch einen alternativen Style. Ich bin mir echt nicht sicher, wie lange es schon diesen zweiten Style gibt. Das ist der normale, so kam er damals raus und jetzt ist das quasi einfach eine normale Frau ohne diesen Lama-Head drauf. Und diesen Backpack gibt es natürlich auch noch dazu. So eine kleine Disco-Kugel, die sogar ganz cool leuchtet. Auf jeden Fall die beste Disco-Kugel überhaupt im Spiel. Dann von gestern immer noch drin der Astra-Skin mit diesem ziemlich geilen Backpack. Ich glaube, den Skin werde ich mir gleich noch holen. Ihr merkt vielleicht, ich bin noch ein bisschen heiser. Tut mir leid, dass meine Stimme gerade nicht so optimal ist. Aber, ähm, ja, ich denke mal, ihr werdet das verkraften. Und jetzt leckt Fortnite wieder. Hallo? Fortnite? Ey, sag jetzt nicht, der stürzt ab. So, okay, jetzt geht's wieder. Irgendwie muss ich mal Fortnite neu installieren. Auf jeden Fall, das ist die neue Lackierung auch noch von gestern. Dazu gibt es dann noch die Ho-Ho-Ho-Lackierung, den ziemlich geilen Weihnachtstrooper, auch wenn nicht mehr Weihnachten ist. Ich denke mal, heute zum letzten Mal wahrscheinlich der Weihnachtstrooper noch drin. Und als letztes noch die passende Hacke, den Prügelzweig mit diesem Sound. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da. Und dann haben wir erstmal die Zündkerzen-Künstlerin. Meiner Meinung nach ein ziemlich hässlicher Skin. Ich feiere den nicht so. Dann haben wir noch den Boxenstopp. Ein ziemlich guter Skin. Vor erst ein paar Tagen war ja die blaue Variante drin. Heute dann die gelbe, ebenfalls für 800 V-Bucks. Dann der Handzeichen-Emote. Der passt eigentlich auch ganz gut zu Weihnachten. Macht so ein paar Handzeichen. Und am Ende... Achtung... Ah ne, stimmt. Das war ja gar nicht der Missilezweig. Es gibt doch so ein Missilezweig-Loser-Dance, oder? Oder habe ich das geträumt? Ich glaube schon. Dann der Leuchtstab. Mit dem mega coolen Sound. War jetzt glaube ich auch schon lange, lange Zeit nicht mehr drin. Die muss inzwischen schon ziemlich selten geworden sein. Dann Lass es regnen. Auch sehr, sehr geil. Aus Season 3. Heute einige coole Sachen drin, die ich wirklich empfehlen kann. Also auch den würde ich mir auf jeden Fall holen. Und dann auch die Punktetafel. Ebenfalls ein sehr nützlicher Emote. Kann man immer mal gut gebrauchen. Weil das zeigt eine random Zahl zwischen 0 und 10 an. Genau, ist immer random, was da rauskommt. Dann haben wir noch die ganzen Star Wars Sachen immer noch drin. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich jetzt auch noch die nächsten Tage bleiben. Und jo, das war es dann zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt gerne mal rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop denn so fandet. Also Top oder Flop. Falls ihr nichts Neues hier im Shop mal verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne schnell ein kostenloses Abo da lassen. Einfach kurz unter Scrollen und auf Abonnieren klicken. Ihr könnt natürlich auch gerne meinen Credit Code Snoxy eintragen. Wenn ihr heute Fortnite spielt, einfach mal Snoxy dort ins Feld eintragen. Würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Ich hoffe, dass meine Stimme da ein bisschen besser ist. Ich werde ein bisschen Tee trinken und Honig dazu reinmachen. Dann geht es meiner Stimme bestimmt morgen wieder besser. Jo, okay. Dann würde ich sagen, habt alle einen schönen Tag. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ich hoffe, ihr seid ja.